Du denkst schon die ganze Zeit über die Google-Aktie nach, kannst dich aber nicht entscheiden, ob du sie jetzt kaufen solltest oder doch lieber warten. Wird sie noch günstiger und dann kaufst du erst die Aktie, ja oder nein? Deswegen verrate ich dir jetzt einmal die Gründe, warum ich mir Google-Aktien gekauft habe. Wir schauen uns als erstes hier ganz entspannt den Chart der Alphabet-Aktie an. Lass dich übrigens von mir nicht verwirren, wenn ich zwischendurch auch Google-Aktie sage. Für mich persönlich ist es das Gleiche, denn viele Leute kennen Alphabet ja auch nur durch Google. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, warum schauen wir uns als erstes den Chart an? Das ist mein erster Schritt, bevor ich etwas kaufe. Ich schaue mir immer die Preisentwicklung an. Und falls du dich jetzt bisher noch gar nicht so richtig mit Chart-Analyse beschäftigt hast, dann erschreck dich jetzt auf einmal nicht von diesen ganzen Linien. Ich werde dir ganz genau erklären, warum ich was gemacht habe, worauf ich achte. Das wird sehr, sehr simpel sein, also mach dir da erstmal keine Sorgen. Und hier meine erste goldene Regel, ich kaufe niemals im Allzeithoch, das ist auf jeden Fall bei mir immer Standard. Außer es ist das absolut beste Investment, dann würde ich natürlich alle Regeln über Bord werfen und das Ganze kaufen. Habe bisher noch kein solches Investment gefunden. Falls du so ein Investment hast, dann schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Dann werde ich natürlich kaufen und dann kündigen und nie wieder arbeiten. Nee, Spaß, aber wenn du wirklich ein gutes Investment hast, dann schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Auf jeden Fall, wenn wir uns hier einmal anschauen, wie weit die Google-Aktie schon mittlerweile abgestraft worden ist, dann sehen wir, wir sind hier knapp bei minus 15% im Minus, was tatsächlich mittlerweile im Vergleich zu vielen anderen Tech-Aktien gar nicht so schlimm ist. Im absoluten Tief hatten wir hier quasi minus 28% gehabt. Das war ja der Moment, wo wirklich alle Tech-Aktien dann sehr, sehr stark nach unten gefallen sind. Teilweise manche über minus 90%. Ich sage ganz ehrlich, ich hätte am liebsten hier in diesem Moment auch gekauft oder in diesem Bereich gekauft. Habe aber auch zum Beispiel euch letztens ein Depot-Update gemacht, wo ich auch ganz genau erklärt habe, in was ich investiere, wie ich investiere. Und da habe ich auch, ja eigentlich ganz ehrlich verraten, ich bin abends Schwein oder ich habe halt einfach keine Liquidität zu diesem Zeitpunkt gehabt. Jetzt hat sich bei mir wieder einiges gewandelt. Dementsprechend habe ich auch wieder zum Glück Geld, Aktien zu kaufen oder zu investieren. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich feiere das mega krass, wenn ich endlich mal Geld zur Seite legen kann und mich wieder mit neuen Investments beschäftigen kann, um dort halt eben einzusteigen. Und da habe ich mir auch 18 Google-Aktien jetzt gegönnt. Ein bisschen verteilt auf ein Comdirect und ein Trade Republic-Konto. Ich habe nämlich zwei verschiedene Konten und das habe ich jetzt so ein bisschen aufgesplittet. Habe dann auch so einen Kurs von 105 und 106 Euro erwischen können. Falls du dich jetzt fragst, okay, warum genau dieser Kurs, dann lässt sich das Ganze auch sehr, sehr einfach erklären. Ich habe hier so ein paar Linien eingezeichnet, das sind Trendlinien. Wir sehen jetzt derzeit bei der Google-Aktie so einen richtigen Trendkanal. Wenn wir uns das Ganze hier einmal anschauen, dann sehen wir hier immer wieder Higher Lows und Higher Highs, das heißt, das Ganze ist sehr, sehr bullisch. Und wenn wir uns hier diese Linie einmal anschauen, dann sehen wir, dass wir genau hier auf dieser Trendlinie eine Marke von 105, 106 Euro, so ungefähr in diesem Schnitt dann eben haben. Das ist genau das, was wir berührt haben. Zu diesem Zeitpunkt habe ich meine Position eröffnet, habe nachgekauft. Die Strategie oder die Idee dahinter, die ich hatte, war, wenn diese Linie durchbrochen wird und das Ganze noch viel tiefer fällt, dann habe ich noch einiges an Geld, kann Dollar-Cost-Averaging betreiben und dann halt nach und nach kaufen. Leider ist das nicht passiert. Wir sind genau auf dieser Support-Linie hier stehen geblieben, haben so einen Bouncer gehabt und sind jetzt nach oben gegangen. Jetzt bin ich natürlich im Plus, habe aber leider nicht so viele Google-Aktien, wie ich es gerne gehabt hätte. Trotzdem muss man natürlich weiterschauen, wie sich der Preis der Google-Aktie entwickeln kann. Wenn wir uns hier die MACD-Linien anschauen, dann sehen wir auf jeden Fall, dass das Ganze immer noch sehr, sehr bullisch ist, obwohl die Earnings nicht getroffen wurden bzw. gemisst wurden. Da werden wir auch nochmal kurz drauf eingehen. Wir haben hier auch einen Stock-Split gesehen. Am 15. Juli ist der stattgefunden. Das finde ich persönlich sehr, sehr positiv bei der Google-Aktie, weil halt 20 zu 1 gesplittet wurde. Das heißt, vorher hätte man über 2.000 Euro gebraucht, um eine einzelne Google-Aktie zu kaufen. Mittlerweile reichen ja knapp über 100 Euro. Das eröffnet auch so ein bisschen den Markt für viele Kleinanleger. Langfristig wird Google davon meiner Meinung nach im Kurs sehr stark profitieren. Der Airisi-Indikator sagt uns jetzt derzeit nichts Besonderes. Wir sind mitten im Nirgendwo. Also dementsprechend achte ich da jetzt nicht so stark drauf. Erst wenn wir wirklich eindeutig im Überkauf-Bereich sind oder im Überverkauf-Bereich sind, dann wird das Ganze dann relevant sein. In den anderen Videos, wenn ich da drauf eingehe, werde ich das natürlich auch ein bisschen ausführlicher erklären. Hier ist es aber jetzt derzeit nicht relevant. Deswegen kann man das getrost ignorieren. Übrigens fragen mich viele, okay, wie kann man denn traden oder wie kann man denn so einen Trade machen? Hier, bestes Beispiel dafür, Leute. Also wenn man einen Trade machen möchte, gar nicht zu kompliziert machen. Hier haben wir einmal die Trendlinie. Hätte man hier einen Trade eröffnet, dann hätte man hier jetzt ungefähr 7-8% ganz schnell machen können, was natürlich ein sehr, sehr cooler Swing-Trade gewesen wäre. Übrigens, wie kann man kontrollieren, ob das ein sinnvoller Trade ist oder kein sinnvoller Trade? Man kann hier einfach so eine Long-Position einmal eröffnen, gucken, wo man dann eingestiegen wäre, kann das Ganze dann einmal anpassen. Okay, wo würde ich meinen Stop-Loss setzen? Wo würde ich meinen Profit nehmen? Ich hätte zum Beispiel meinen Profit hier bei dieser signifikanten Resistance-Linie genommen. Das wäre quasi der Moment, wo ich gesagt hätte, hier muss ich auf jeden Fall meine Gewinne realisieren. Und den Stop-Loss hätte ich hier knapp unter diese Support-Linie gesetzt. Also nicht genau auf die Support-Linie, weil man dann sehr, sehr oft liquidiert wird, sondern ein bisschen knapp drunter, falls das Ganze durchbrochen wird, dass man noch ein bisschen Puffer hat. Das ist aber auch so ein Bauchgefühl-Ding. Und dann guckt man immer auf das Chancen-Risiko-Verhältnis. Hier ist man bei ungefähr 2,70 Euro. Das bedeutet für jeden verlorenen Euro, das heißt, ihr setzt quasi einen Euro ein, den ihr verlieren könntet, würdet aber dafür dann 2,70 Euro gewinnen. Und ich finde, mindestens 2 Euro müssten es sein, also quasi ein 2 zu 1 Verhältnis müsste das Ganze sein, damit sich dieser Trade lohnt. Je nachdem, was für ein Trade das ist, was für eine Aktie das ist, kann man auch unter die 2 Euro gehen. Aber man sollte schon eigentlich darauf achten, dass es mindestens bei 2 Euro ist. So, das war so ein kleiner Exkurs zum Trading. Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, was denke ich mir jetzt langfristig, wenn ich in die Google-Aktie investiere oder mir Google-Aktien kaufe, genau bei diesem Kurs. Und man muss natürlich auch fairerweise sagen, hey, das ist eine Marktkapitalisierung hier von 1,5 Billionen US-Dollar. Das ist schon sehr, sehr knackig und deswegen wollen natürlich auch viele nicht mehr investieren, weil die sagen, dort ist einfach nicht mehr viel Rendite zu holen. Das würde ich aber auch nicht unterschätzen. Ich hatte ja auch schon mal Videos zu Google gemacht, wo ich auch ein bisschen das angesprochen hatte. Und meiner Meinung nach ist da doch noch gutes Wachstum vorhanden. Also, wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen bei den Zahlen, dann muss man ganz klar sagen, dass wir hier immer noch ein sehr, sehr gutes Umsatzwachstum haben bei der Google-Aktie. Das darf man nicht unterschätzen. Jetzt ist das Ganze hier ein bisschen zurückgegangen. Finde ich persönlich gar nicht so dramatisch. Was natürlich einem auffällt, ist diese immense Summe an Umsatz. Das ist schon sehr, sehr krass. 69, 70 Milliarden Umsatz. Das ist schon echt heftig. Wenn man sich das anguckt, wo das Ganze dann eben herkommt, dann fällt einem natürlich sehr schnell auf, dass das alles aus diesem Google-Advertising stammt. Beziehungsweise generell aus Google. Was ein bisschen schade ist, ist die Google Cloud. Da kommt noch nicht so viel rum. Wenn wir uns hier die Zahlen mal anschauen, dann fällt einem direkt auch auf, dass das Ganze immer noch negativ ist bei der Google Cloud. Das heißt, das generiert immer noch kein Geld, sondern halt eben Verluste. Ich persönlich denke aber noch, dass die Google Cloud in den nächsten 4, 5 Jahren wirklich abgehen kann und da auch noch einiges an Cash gemacht werden kann. Zusätzlich ist die Google-Aktie einfach extrem stabil aufgebaut. Wenn wir uns das Ganze anschauen, dann sehen wir auch hier einen sehr, sehr hohen freien Cashflow von ungefähr 12,6 Milliarden. Das ist schon eine Hausnummer, Leute. Ganz ehrlich. Meiner persönlichen Meinung nach ist das jetzt auch kein Investment, wo man die ganze Zeit Kopfschmerzen haben muss, Angst haben muss, wenn man schlafen geht, dass das Ganze insolvent geht, irgendwie umkippt, was auch immer. Dementsprechend ein sehr, sehr entspanntes Investment. Meiner persönlichen Meinung nach ist natürlich keine Anlage oder Finanzempfehlung. Hey Leute, ich bin einfach nur ein Typ auf YouTube. Analysiert bitte selber, bevor ihr Geld in die Hand nehmt und investiert. Aber ich finde das Ganze schon sehr, sehr krass. Was natürlich schade ist, sind die letzten Earnings. Die wurden natürlich nicht getroffen und das ist leider nicht das, was die Analysten erwartet haben. Denn die Analysten hatten eigentlich mehr erhofft oder mehr erwartet. Wenn man das Ganze auch hier in den Vergleich zieht auf Handelsblatt zum ersten Quartal 2021 und dann hier quasi nochmal dieses Quartal anschaut, dann sehen wir, dass das Ganze sogar noch zurückgegangen ist. Was aber wiederum positiv ist, ist die PE-Ratio. Denn wenn wir uns die PE-Ratio hier einmal anschauen, daran kann man so ein bisschen für sich rausfinden, ob es derzeit eher günstig oder halt eben teuer ist bei Google. Auf jeden Fall meiner Meinung nach derzeit sehr, sehr günstige PE-Ratio. Wenn wir uns das angucken, in der Vergangenheit waren wir die ganze Zeit eigentlich drüber gewesen. Teilweise natürlich sehr, sehr extrem im Allzeithoch bei 58. Davon würde ich jetzt nicht ausgehen, dass wir das Ganze jetzt sofort wiedersehen. Wir sehen aber doch eigentlich schon eine Tendenz bei der Google-Aktie, dass meistens man sich hier drüber befindet. Und man muss auch ganz klar sagen, der Durchschnitt liegt ungefähr bei 27 bei der PE-Ratio. Dementsprechend muss man einfach hier zugeben, derzeit ist die Google-Aktie schon relativ günstig. Das ist einfach nur so eine ganz kurze Meinung von mir, was ich von der Google-Aktie halte, warum ich die gekauft habe. Hey, schreib mir einfach gerne unten in die Kommentare, was du von der Google-Aktie hältst, ob du das Ganze auch feierst, ob du investiert bist, vielleicht überlegst zu investieren. Und wenn dir das Video geholfen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal mit Glocke und dann kriegst du natürlich auch weitere Updates von mir.